Ein Blick auf unser heutiges Abendprogramm. Zuerst wieder ein Film mit Elvis Presley, Tolle Nächte in Las Vegas aus dem Jahre 1963. Ihm folgt um 21.35 Uhr der dritte Teil der Dokumentarserie Emden geht nach USA und um 22.30 Uhr die Aufzeichnung einer Revue von Jérôme Savary's Grand Magique Circus von Moses bis Mao. Jazz zur Nacht beschließt wie üblich das Programm, heute gegen 23.45 Uhr. Es spielt The Eleven's House featuring Larry Corriell und Philip Catherine. Viva Las Vegas, tolle Nächte in Las Vegas. Elvis Presley ist in diesem Film ein begeisterter Rennfahrer, dem nur noch das Geld fehlt, um am Las Vegas Grand Prix teilnehmen zu können. Der Weg zum Geld und zum Heavy End ist glücklicherweise so angelegt, dass Elvis noch hinreichend Gelegenheit bekommt, seine Fans hören und sehen zu lassen, wie Elvis 1963 singt und sich bewegt. Einen weiteren Elvis-Film aus dem Jahre 1958, Mein Leben ist Rhythmus, können Sie am kommenden Sonntag sehen. Einen weiteren Sonntag sehen.